So Leute, was geht? Wir sind auf dem Splash, mit der ganzen Bande dahinten. Was ist denn der Tisch? Wir haben eventuell ein bisschen zu viel Stuff dabei. Geil. Ja, super. Ja, geil, klasse. Haben wir noch was? Was? Das ist so geil. Rätst man über was lachst, über was amüsierst du dich so köstlich? Wir haben gerade diese Brezeln gesehen. Und als Schwabe ist es wirklich, da muss man einfach nur lachen. Bitte biegen Sie links ab zur ESO. Links abbiegen zur ESO. Bitte halten Sie sich an das Protokoll mit Over and Out und Track. Track, ich glaube, wir haben eh keinen Sprit mehr im Auto. Laufen sollte kein Problem darstellen. Okay, mein Zelt hat leider nicht funktioniert. Es hatte kein Innenzelt. Deswegen habe ich jetzt das Wurfzelt von Nova bekommen. Ja, werf noch mal hoch, bitte. Werf noch mal hoch. Irgendwo ist da so ein Ding drauf. Nee, wir müssen filmen. Wir sind alle mit Filmen beschäftigt. Das ist der Cutter von Kevin und der hat irgendwie sein eigenes Zelt mitgebracht. Aber das sieht irgendwie mega schlecht aus. Und irgendwie schläft der auch auf dem Boden. Warte erstmal ab. Okay. Ja, ich gebe dir den Hammer. Hier, einmal Hammerübergabe bitte. Unsere Stadt ist quasi fertig. Das ist unser Rathaus. Das ist sehr windig. Und das Rathaus der Nachbarstadt ist einfach eingebrochen. Die Autos kommen irgendwie nicht so gut voran. Tatsächlich. Das sieht irgendwie nicht so clean aus. Das ist brutal. Wir sind schon auf den Splashes angekommen. Da hinten. Und wir... Wie fühlst du dich hier? Ich fühl mich geil. Wir haben gerade unsere Banking aufgeladen bekommen. Da ist jetzt Geld drauf. Wie viel hast du da drauf? 30 Euro habe ich jetzt. Uh, nice. Wir gehen jetzt zu The Kid Leroy. Wir sind die Leroy Gang tatsächlich. Ähm... Der ist halt minderjährig, ne? Wenn das noch ein Kind ist. Wie ist dazu geregelt, dass der immer noch spielen darf? Die Uhrzeit. 22, 32. Das ist gesetzestechnisch. Und nach der Bett geht es halt von Kindern. Das finde ich nicht gut. Ich kann es nicht fassen. 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 Ey, ist es vorbei oder was? Oh nein. Oh Mann. Da war gerade ein Feuerwerk, Leute. Wir sind jetzt Tag 2. Wie gehst du Money Boy? Money Boy, der G. Ich frag dich, was du sagst. Ich bin jeden Tag im Strip Club. Flyer als ein Igel. Doch wenn du eine Pussy sehen willst, guck doch einfach in den Spiegel. Yeah! Henki, wo sind wir hier? Auf einem Scheißkran. Wir sind auf einem Scheißkran. So ein Scheißbagger. Auf einem Scheißkran sind wir. So eine Bergbaubagger. Wir sind auf einem Bergbaubagger oben drauf. Oben drauf. Super krass. Das kann ich deine Herren hören. Aua. Wirklich? Gib mal einmal. B. H. C. Also du nimmst uns gerade den Spot weg. Niki. Bisschen doof, dass du nicht da bist. Es ist so krass. Guck dir das an. Es ist so krass. Das klingt scheiße. Drei. 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 Ich hab mich nicht verstanden. Ja, ja. Ich hab mich nicht verstanden. Ja, ich hab mich verstanden. Aber du kannst mich nicht wieder an. Was ist das Ende? Ja. Oh Leute, es geht. Es ist jetzt zweiter Tag. Ähm, nee, dritter Tag. Ressmann und ich fassen gleich. Und wo ich gepennt habe, kann ich euch noch kurz zeigen. Ohne die Adresse zu leaken. Damn, son. Scheiße. Sekunde, noch. Guck mal in die Crib. Rechts mein Scheiß. Hier habe ich geschlafen. Geil, oder? Wir haben auch hier einen Haufen kleine Mitbewohner. Seht ihr sie? Ganz viele Ameisen. Hier, da sind sie alle am Kreuchen und Fleuchen. Die haben mir fleißig die Gesellschaft geleitet. Ja, das ist meine Crib gewesen für die paar Tage hier. Ja, das war es mit dem Splash-Vlog. Ich bin mit Ressmann gerade heimgefahren. Sehr gut gefahren, Romantra. Absolutes Kompliment. Ich hoffe, euch das Video gefallen. Lasst gerne doch ein Like und eine Bewertung da. Glocke. Glocke aktivieren. Und dann sieht man sich noch nicht zum Mal. Tschüss.